Was immer es ist, lass das draußen. Dann kannst du immer noch einen schönen Abend geben. Hey Jackie, du siehst wunderbar aus. Ich nehme Brandy H. Na bitte, das hört man gerne. Ein Brandy, scheiß Brandy. Ich nehme auch einen. Was du denn hast, Jackie? Bekomme ich jetzt bitte einen Brandy H? Sag's ihm schon. Sag mir was. Jackie. Bist du unwiderruflich im Ruhestand? Ich bin im Ruhestand. Unwiderruflich. Ich bin unwiderruflich im Ruhestand. Wieso? Worum geht's? Wir... Wir bekamen eben einen Anruf, kurz bevor wir aus dem Haus gegangen sind. Ja und? Der Anruf kam aus London. Er ist unwiderruflich im Ruhestand. Moment mal, Liebes. Also nochmal. Ganz von Anfang an. Wir bekommen einen Anruf. Das Telefon klingelt. Es geht um einen Job. Ja. Und die wollen mich? Ja. Die wollen niemand anders? Nein. Okay. Die wollen mich? Okay, du hast mich gefragt. Und ich hab Nein gesagt. Also, wozu reden wir noch, Jack? Wozu? Das war Don Logan. Shit. Don Logan? Es tut mir leid, ich muss nur nicht was ich sagen. So ein Schönen. Wieso hat er eigentlich bei euch angerufen? Wieso hat er nicht bei uns angerufen? Ey, weil der weiß schon, was diesem Arsch durch sein Gehirn schießt. Mann, hättest du bloß nicht diesen Scheißhörer abgenommen? Hey, es kann keiner was dafür. Hey, es kann keiner was dafür.